Ja, liebe Freunde, hallo! Welcome to the Pico Corona Sessions Teil 2. Wir sind immer noch und werden auch noch eine Weile bei Crosby, Stills, Nash & Young sein. Dann, nachher kommen noch ein paar Eagles oder auch Tom Petty, aber zunächst mal heute noch ein Stück von Stephen Stills, nachdem wir Helpless gemacht haben, das uns vielleicht ein bisschen runtergezogen hat, wer weiß, obwohl es so ein wunderschöner Sonnig ist. Heute der zweite Teil von Stephen Stills' Song, der ganz einfach heißt Carry On. Nein, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und es ist also kein ganz unkomplexer Song, tollkön vielleicht denn zu zweit mit einer Holzkiste und einer Holzkitarre zu machen, aber wie ich immer sage, ab einem gewissen Alter, ja, da wird man tollkön und dann macht man es halt. Viel Spaß bei Carry On, Stephen Stills. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020